Die animierte Serie Tiana, die derzeit bei Disney Plus in Arbeit ist, hat Jess Sherry als Hauptautorin und Regisseurin der Show verpflichtet. Annika Noni-Rose wird erneut die Stimme von Tiana sprechen, nachdem Megan Markele wegen ihres Streits mit dem Disney-Chef auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Es gab einmal ein Mädchen namens Megan Markele, und sie hatte einen Traum, eine Fantasie, in der sie in einem Schloss lebte, einen Prinzen heiratete und eine Disney-Prinzessin wurde. Sie war bereits mit einem Mann namens Trevor verheiratet, den sie in Jamaika geheiratet hatte. Die Ehe endete nach nur zwei Jahren, und sie schickte die Hochzeits- und Verlobungsringe per Post zurück. Wie unhöflich! Ein paar Jahre nach dem Ende ihrer Ehe mit dem, von dem man nicht sprechen sollte, begann sie, Wohltätigkeitsarbeit zu leisten. Sie tat dies, um sich einen Prinzen zu angeln. Schließlich besuchte sie London mit ihrer mittlerweile ehemaligen besten Freundin und setzte sich vor dem Buckingham-Palast. Insgeheim wollte sie Madame Präsidentin werden. Ihr Ziel war es, sich einen Prinzen zu schnappen und sich an seinem Geld zu bereichern, sodass sie nie wieder als Schauspielerin arbeiten müsste. Nachdem sie den Prinzen bekommen hatte, brachte sie ihren Mann dazu, auf das Militär-Event zu verzichten, um zur Premiere von Der König der Löwen zu gehen. Prinz Harry bat den Disney-Chef Bob Iger, seiner Frau eine Rolle in einem Disney-Film zu geben. Sie ließ später ihre Stimme für das Disney-Dokument der Film Elephants, aber jetzt scheitert sie an einem Deal mit Bob, um die neue Serie Tiana zu sprechen. Die Serie wurde zuvor als Fortsetzung des animierten Films von 2009, Die Prinzessin und der Frosch, beschrieben, indem die Figur Tiana eingeführt wurde. Anna Nune Rose wird erneut die Stimme von Tiana sprechen. Ursprünglich sollte die Serie 2023 debütieren, wird aber jetzt voraussichtlich 2024 starten. Die Walt Disney Animation Studios werden Tiana produzieren, da das Studio zuvor die Prinzessin und der Frosch hergestellt hat. Nathan Curtis wird produzieren, während Jennifer Lee und Stella Maggie als ausführende ProduzentInnen tätig sind. Der Produzent mag Megan nicht, weil sie 2020 Geld von Disney gestohlen hat. Megan Makele sorgte für Aufregung unter königlichen Beobachtern, nachdem bekannt wurde, dass sie für ihre Arbeit an dem Disney-Dokument der Film Elephants statt einer Bezahlung eine Sprechrolle übernommen hatte. Berichten zufolge bat Makele darum, dass das Geld an die bozonesche Wohltätigkeitsorganisation Elephants Without Bodas gehen solle, Aber jetzt hat ein Insider enthüllt, dass Makele angeblich die besagten 3 Millionen US-Dollar selbst einsteckte und die Erlöse tatsächlich nicht an die Elefanten-Wohltätigkeitsorganisation gingen. Angela Levan, eine Biografin und berüchtigte Kritikerin von Megan Makele und ihrem Ehemann Prinz Harry, riet wieder da eine Behauptung, die naheliegte, dass Makele 3 Millionen US-Dollar aus ihrer Arbeit am Disney-Dokument der Film Elephants eingesteckt habe, anstatt es an Elephants Without Bodas zu spenden, wie ursprünglich berichtet. Disney versprach 3 Millionen US-Dollar für die Spende an die Elefanten-Wohltätigkeitsorganisation für Megans Sprechrolle. Sie gaben an, es an die Sussexes gezahlt zu haben, aber die Elefanten-Wohltätigkeitsorganisation scheint es nicht erhalten zu haben. Der Tweet besagte, dass jemand anders feststellte, dass es betrügerisch sei, Spenden für wohltätige Zwecke zu versprechen, um das Interesse an kommerziellen Projekten zu wecken, aber dann diese Versprechen nicht einzuhalten. Untertitelung des ZDF, 2020